Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Zeit der Feriengrüsse im Briefkasten ist auch schon langsam wieder vorbei. Ich habe da gerade noch einen, der uns besonders gefreut hat. Er kommt aus Bari. Das liegt gerade im Stiefelabsatz von Italien im Süden. Dort hat das Filmteam vom Coop-Mitbo-Studio für Sie Aufnahmen gemacht, um Ihnen zu zeigen, was es alles braucht, bis Sie die saftig-süssenen Reginatrauben bequem und erntefrisch aus Ihrem Coop-Blattern nachnehmen können. In diesen sonnigen Rebgärten im tiefsten Süden von Italien werden die Trauben gepflegt und, wenn es so weit ist, sorgfältig abgelesen. Trauben für Trauben. Man sieht es, für diese Leute ist das mehr als einfach Arbeit. Die gute Ernte, das ist die Belohnung für grosse Anstrengungen. Auch das Verlesen und das Verpacken ist sorgfältige Handarbeit. Coop stellt strenge Qualitätsvorschriften. Jede Traube wird genau angeschaut, bevor sie verpackt wird. Und zwar verkaufsgerecht. Gerade so, wie die Trauben in Ihrem Coop-Blatter für Sie parat sind. Erntefrisch und gut geschützt. Sie haben gesehen, nur die besten Trauben gehen für Sie auf die Reise zur Coop in die Schweiz. Kühlt auf die natürlichste und sicherste Art. Mit Eis aus frischem Quellwasser, das aus 250 Meter Tiefe hochgeholt wird. Die Eisblöcke garantieren, dass die Trauben nach dem Bahntransport tauffrisch bei Coop ankommen. Über 5 Tonnen frisch Eis hat es in so einem Wagen. Und dann geht es los im Schnellzugstempo Richtung Schweiz. Und schon sind Sie parat in Ihrem Coop-Blatter. Regina Trauben aus dem tiefsten Süden von Italien. Voll Sonne, Vitamin und Traubenzucker. Ja, und gerade der Traubenzucker hat ja eine stärkende Wirkung. Und darum sind Trauben für den Organismus ganz besonders wertvoll. Und dieses Wochenende gibt es bei Coop Regina Trauben zu einem speziellen Hitaktionspreis. Da heisst jetzt erst recht zugreifen. Ich habe da noch eine Meldung für alle Einwohner von Biel und Umgebung. Morgen am 9 Uhr geht das neue Supercenter von Coop auf. In der grossen Halle vom ehemaligen Automontagewerk, gerade hinter dem Bahnhof. Und da finden Sie einfach alles. Von einer grossen Frischproduktabteilung bis zum Do-It-Yourself und erst noch 130 deckte Parkplätze. Sie sehen, Coop sorgen immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, das wäre es. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop drei Dosen italienische geschälte Tomaten Midi für nur 1.50. Die verschiedenen Arnis-Schocken gibt es jetzt bei Coop für nur 90 Graben Tafeln. 200 Gramm Weichkäse Petit Delice de France statt 3.25 nur 2.65. 14 Fisch-Sticks Goldstar statt 3.35 nur 2.75. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Kilogramm Feinkristallzucker statt 1.10 nur 85 Graben. Und ein Kilogramm Reginatrauben für nur 1.10. Als aktueller Preisschlager drei Packungen Melitta-Filterpapier 102 für nur 1.60. Auf Wiedersehen!